Goodyear, Boom und Bobin und willkommen zu Pilotwings meine Freunde. Ich habe dieses Spiel früher schon auf der Nintendo gehasst und ich hasse es immer noch. Wir werden jetzt, entweder versucht man auf einem Feld zu landen oder man sollte halt mit einem Flugzeug landen. Ich würde mal sagen, wir machen als erstes das Flugzeug landen. Problem ist, ich habe die Steuerung noch nie bestanden und dieses Kackfresser da unten, also auf der Seite, da ist der grüne Fuzzi da. So, ich habe es bis jetzt immer noch nicht verstanden. A Button und B Button brauchen wir eigentlich nur. Das Navigieren, Speed, Up, Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter. Okay, wir versuchen es mal einfach, ja. Das geht eh in die Hose. So, das ist jetzt, das wäre hoch und das wäre ab. Und wir müssten eigentlich nicht viel machen. Wir müssen nur runter noch ein bisschen, oder? So, wir sind richtig. Wir sind runter. Sind wir jetzt irgendwo? Wir müssen noch Geschwindigkeit rausholen, oder? Also, okay. Geschwindigkeit. Nein! Oh, ich bin auf der Landebahn, also weiß ich nicht. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Oh, oh, guck der böse. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, brauchst gar nicht so ein Traum. Retry. Dann, dann, dann. Achso, öh. Hoppala. Hey, hallo. Ich habe mich verklickt, ist gut. Wir wissen Bescheid. Aber irgendwas stimmt da nicht. Speed. Geschwindigkeit. Runter. Geschwindigkeit hoch. Runter. Hoch. Geschwindigkeit hoch. Runter. So, wir nehmen ein bisschen Geschwindigkeit erstmal einfach noch rein. Komm. So, unser Tank sieht auch gut aus. Der sieht perfekt aus. Wir müssen aber schon ein bisschen runter, ne? So, sobald wir auf der Landebahn sind, mache ich erst komplett. Also, wir sind schon scheiße, weil eigentlich müssten wir diese grünen Punkte sammeln. Das tun wir schon gar nicht, ne? So, jetzt. Jetzt. So, wir machen ein bisschen Geschwindigkeit raus. So, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir gut. Jetzt, Junge, bleib so, bleib so, bleib so, Junge, bleib so. Nein, nein, nein. Warum geht da gar nichts mehr? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich lass das Speed komplett, ich lass das Speed komplett drauf. Ja, guck nicht so böse, Mann. Ich weiß es doch. Guck nicht so. Guck nicht so. Ja, komm, mach schon. Das dauert mir nicht zu lange. Continue. Ach so. Ich darf es gar nicht mehr machen. Okay. Gut. Fallschirm. 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 springen hat mir keinen Spaß. Nee, Fallschirm springen nicht. Aber irgendwas müssen wir ja können, oder? Aber ich glaube, damit es weitergeht, aber wir können nur ganz von vorne anfangen. Und damit es weitergeht, glaube ich, ob wir andere Sachen bekommen, müssen wir eins schaffen. Komm, die zwei. Du passt. Okay. Auf ein neues. So, wir landen jetzt perfekt. Nur mal mit dem anderen. Also, wir müssten eigentlich beide Sachen schaffen, damit... Wir lassen es mal auf die Geschwindigkeit ankommen jetzt. Hoppala. Hey. Boah, das wackelt voll. Ne? Wir machen es schon ein bisschen Träger-mäßig, Alter. Schon hart. Also, schon hart. So, wir müssten mal langsam ein bisschen runter. Und wir sind schiefgekommen. Wir lassen die Geschwindigkeit auf volle Suppe. Ne? So, wenn wir jetzt runtergehen... Komm, 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 komm! Komm! Es ist okay! Yes! Oh, guck mal, er guckt! Oh, leicht! Oh, leicht! Oh, leicht! Oh, leicht! Mein Gott, er hat es geschafft! Oh, great! Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Haha, Junge! Haha, Junge! Ja! Perfekt, Alter! You need 28! Ähm... Keine Ahnung was! Oh, jetzt machen wir das noch hier, ey! Aber wie bremst man den denn ab? Das scheint jetzt gar nichts außer... Ich frage mich jetzt, wie wir da... So, guck mal, jetzt... Boah, das ist dieses... Jo, voll vorbei, würde ich mal sagen, ne? Boah, wir sind ein bisschen, glaube ich, vielleicht sind wir zu schnell unterwegs auch, ne? Waren wir gerade runtergekommen? Ich weiß es nicht mehr. So... Aber wie kann ich den denn... Wie kann ich den Speed rausnehmen? Weil der ist ja gerade so... Warum kriege ich diesen Alarmturm? Was bedeutet der denn? Vor allem, wie kann ich den nachher denn gerade... Guck mal, der kommt jetzt gerade runter. Das wollen die ja so nie, ne? Great Landung bei 40 Punkten, Alter! Wir haben es doch geschafft! Er ist wieder runter, also... Ich habe jetzt mal ein bisschen... Naja, guck mich immer noch böse an! Aber hey, die Landung war wohl doch genug Punkte insgesamt, habe ich gekriegt. Insgesamt genug Punkte, dass es weitergeht. Ich habe eine A-Lizenz bekommen, oder was auch immer. Doch, eine A-Lizenz. Und wir sind bei Session 2. Hey, mein Name ist Shirley. Shirley, was kann ich für dich tun? Also, ich muss jetzt drei Objekte spielen. Also, einmal nochmal Fallschirm springen, wieder Flugzeug landen. Und... Boah, das verkacke ich doch schon wieder, Alter! Rocket! Ich glaube, irgendwie kommt man noch speichern. Zack! Äh, ich habe die Steuerung wieder nicht gelesen. Ah ja. Slow, Jet, Fast. Okay, ist ja einfach. Was war oben? Warte mal! Was war noch mal oben? Oben. Die L-Tasten habe ich... Ach so! Und dann? Was soll ich denn machen? Ich sehe nichts. Hätte ich nicht in diesen Ring reingedorf oder was? Brems! Pfff! Brems! Ich glaube, der wird scheiße gebaut, ne? Pfff! Da war noch irgendwas! Da hinten! Da! Oh Gott! Ich hätte einmal drum rumfliegen müssen, glaube ich! Ich habe... Waaah! Waaah! Man muss ein bisschen an Sprit denken, ne? Und die Zeit, Alter! Eine Minute? Hallo? Nein! Geh da durch! Mensch! Ja, die werden sich verarschen! So, jetzt nach vorne! Und... Gib ihm! So, jetzt müssen wir landen. Low landen. Boah, Alter. Alter, komm schon. Nee, da will ich nicht hin. Boah, Alter, wirst du ja wahnsinnig, gell? Das gibt's doch nicht. Kannst du bitte da landen, wo ich dir sage? Das gibt's doch nicht, oder? Hör doch mal auf, rumzuwackeln. Boah, Alter, ey. Boah, was für eine schwere Geburt, ey. Das kippet doch nicht. Das kippet doch nicht, ey, das kippet doch nicht. Das haben wir geschafft. Das machen wir noch. Diesen Part, das machen wir noch zu Ende. Das machen wir noch. Das ist auch wie so ein kleines Let's Trash. So, einmal noch landen. Wir müssen auf jeden Fall genug Punkte erzielen. Das kennen wir ja alles schon. Oh, jetzt nehmen wir mal hier, wie sie fliehen, ey. Jetzt wollen die, dass wir hier fliehen. Ich weiß gar nicht. Mal auf Vollspeed mal hier an, hä. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben, glaube ich. Ich weiß halt nicht, welche Landebahn wir nehmen sollten. Ist das egal? Ich glaube, es ist egal. Ja, 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 ja. Wir lassen mal so die... Oh. Oh. Abstellen, 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 abstellen. Oh, du bist noch rüber. Jetzt okay. Yo. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft mal wieder. Ist sie zufrieden? Ich weiß nicht. Sie guckt nicht so, ne? Nicht schlecht. Not that bad, oder? Aber irgendwie gefällt ihr irgendwas daran nicht, ne? Ich hätte 86 gebraucht und habe nur insgesamt 70 oder was. Ich weiß nicht, was sie von mir jetzt wollte. Habe ich es geschafft oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann muss ich mal sagen... Ich weiß noch nicht, wie man zurückrudert, ne? Irgendwie haben wir es verkackt. Das ist, das ist, also, das ist nicht so meins, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil guck mal, ich komme da gar nicht hin, wo ich hin soll. Und immer wenn ich denke, ich bin da, bin ich total daneben. Komm, konzentrieren wir uns auf die Landung, das hat eh keinen Zweck. Das bringt eh nix. Fortnite, so wurde früher Fortnite-Landungen gemacht. Nur so nebenbei. Na, 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 was heißt denn das, on the wand? in die 70 schreien alle genau so macht man das alter ist glücklich sieht glücklich aus es war wirklich ein guter skill die du hattest jung muss er nicht sechs haben jetzt sechs punkte gefehlt für weiterzumachen ich habe es nicht geschafft ich habe es verkackt ich habe es verkackt mit dem landen ich hätte mehr rüber gemusst also mehr in die mitte was soll ich dazu sagen ich habe es nicht geschafft